Paulus schreibt in Philippa Kapitel 1 Vers 18 Paulus befand sich im Gefängnis in Rom. Sein Raum war klein geworden. Er, der jahrelang durch das Römische Reich mit der frohen Botschaft des Evangeliums unterwegs war, musste nun auf enger Fläche sein Leben gestalten. Aber sein Herz war weiterhin weit. Er hatte Weitblick. Wir haben vier Briefe, die er aus dem Gefängnis schrieb. Er betete für die Gemeinden und darüber hinaus. Sein Herzschlag galt weiterhin der Verbreitung des Evangeliums. Menschen müssen von Jesus hören. Selbst gegenüber anderen Wortverkündigern, die ihn nur kränken wollten, brachte er ein weites und offenes Herz entgegen. Paulus schreibt in unserem Text, dass er um die vielen verschiedenen Absichten und Motive jener Prediger wusste, aber er freut sich, dass die Botschaft von Jesus weitergegeben wird. Paulus sieht nicht, sein Reich bedroht, ist er doch selbst nur ein Werkzeug im Reich Gottes. Er freut sich, wo immer Menschen gerettet werden. Es gibt auch heute leider immer noch ein weit verbreitetes Übel unter den Menschen, nichts Gutes außerhalb ihres eigenen privaten Gesichtskreises anzuerkennen. Sie haben ein Monopol, was Können und Leistung betrifft, und können unmöglich zugeben, dass irgendjemand es genauso gut tun könnte. Sie haben ihre Grenzen genau abgesteckt und betrachten alles andere kritisch und vorsichtig. Auch unter Christen lassen sich solche Tendenzen gut beobachten. Ihre Gemeinde ist die einzig wahre. Ihr Dienst für den Herrn ist der einzige, der zählt. Ihre Ansichten über alle Dinge sind die einzig gültigen. Sie sind die Menschen, mit denen die Weisheit aussterben würde, so meinen sie. Viele von ihnen sind auch steif geworden in ihrem geistlichen Leben. Sie gleichen den Bambusbäumen, die innerlich hohl sind. Will man sie etwas nach links oder rechts bewegen, knicken sie sofort ein. Ihr Bewegungsradius ist nur auf ihre steife Position begrenzt. Der Apostel Paulus gehörte nicht zu dieser Schule. Er erkannte an, dass auch andere das Evangelium predigten. Zugegeben, einige taten es aus Neid, in der Hoffnung, ihn damit zu ärgern. Aber dennoch konnte er sie dafür loben, dass sie das Evangelium verkündigten, und er konnte sich darüber freuen, dass Christus gepredigt wurde. In seinem Kommentar über die Pastoralbriefe schrieb der Bibellehrer Donald Guthrie, unabhängige Denker brauchen viel Gnade, um anzuerkennen, dass die Wahrheit auch noch durch andere Kanäle als ihre eigenen fließen kann. Wie wahr. Es ist ein typisches Kennzeichen der Sekten, dass ihre Führer behaupten, in allen Fragen des Glaubens und der Moral das letzte Wort zu haben. Sie verlangen bedingungslosen Gehorsam allen ihren Forderungen gegenüber und versuchen, ihre Anhänger von jeder eventuellen Berührung mit abweichenden Meinungen zu isolieren. Es gibt schon eingebildete Brüder, die ihre eigenen Wege gehen und nichts anderes schätzen als das, was von ihnen vertreten wird. Hinterfragst du sie, wirst du gleich als ungeistlich abgestempelt. Wir sollten daraus lernen, großherzig zu sein und jedes Gute anzuerkennen, wo immer wir es auch finden, und einzusehen, dass wenn wir an christliche Gemeinschaft und Bruderschaft glauben, wir niemals behaupten können, wir wären die einzig Richtigen und hätten die Wahrheit für uns gepachtet. Elia glaubte auch, dass nur er allein übrig geblieben sei. Aber wie falsch lag er mit seiner Einschätzung. Der Herr hat immer sein Volk in dieser Welt. Christen sind nie zur Isolation berufen. Wir brauchen einen neuen Weitblick für Gottes Wirken. Gott baut sein Reich. Wohlbemerkt, sein Reich, nicht unser. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!